Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Geh deinen Weg, sag mir, woher du kommst und Wohin du gehst, wo ist dein Weg? Geh deinen Weg, sag mir, woher du kommst und Wohin du gehst, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Wohin du gehst, was ist dein Ziel? Super, ganz toll, wirklich. Danke. Nico, das ist Sarah, ich war bei Sarah in Zürich, als du mich gesucht hast. Oh, okay. Freut mich, dich kennenzulernen. Wir wollen jetzt häufiger so kleine Partys feiern, zum Beispiel nächstes Jahr zu Halloween. Oh, da müsst ihr eine Menge Kürbisse besorgen. Ja. Weil Halloween ohne Kürbisse kein Halloween ist, oder? Ich erinnere mich, wir haben damals im Herbst immer ganz viele Gerichte aus Kürbissen gemacht, also zum Beispiel Kürbissuppe, Kürbiskuchen, Kürbismarmelade, Kürbismuffins, Kürbisbrot, 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 Kürbisbrot. Ja, wir kriegen das schon hin mit den Kürbissen. Wo habt ihr denn dieses Jahr Halloween gefeiert? Wir? Wir haben dieses Jahr überhaupt kein Halloween gefeiert. Was? Nächstes Jahr feiert ihr hier? Ja. Außerdem wollen wir noch St. Patrick's Day feiern und Valentinstag. Valentinstag finde ich ganz gut. Mit wem willst du denn Valentinstag feiern? Mit wem ich? Ja. Mal sehen.